Jo Leute, was geht ab? Willkommen bei PokéLoss. Heute mal ein ganz spezielles Video und zwar, ich mache Minitins auf und zwar wieder 10 Stück an der Zahl, allerdings mache ich die nicht alleine auf. Ich werde mir 5 nehmen und 5 Stück wird sich mein Sohn nehmen und wir machen ein kleines Battle. Wir gehen rein ins Video, viel Spaß, lasst ein Like, lasst ein Kommentar da und let's go! So und da sind wir schon und nachdem ich natürlich keine Kinder im Internet zeige, haben wir hier einen Avatar von meinem Sohn, aber ihr könnt ihn natürlich hören, sofern er dann mal was sagen will. Kannst dir mal Hallo sagen, wenn du willst. Hallo! Jeder darf sich 5 Tins aussuchen und ja, du darfst anfangen, wenn du möchtest. Jeder hat sich seine 5 Tins ausgesucht. Wir machen mal gerade eben die Tins auf. Was ist denn dein Lieblings Pokémon? Glurak. Glurak? Okay. Es gibt eine strahlende Glurak-Karte, bzw. eine englische, das heißt dann eine Radiant Charizard. Ich nehme hier einmal die mit dem lieben Hopp, welche nimmst du? Marni und Demopeco. Dann gucken wir mal rein, wir machen mal auf. Fang du mal an und zieh deine ersten Karten. Let's go! Witz-Energie, Luxio, Metang, Lostfakum, Peinux, Lafesta, Pavmira, Beilmeer, Pokémon Ball, Belloson. Oh, das ist ein Eevee. Cool. Die ist schön, oder? Cool, ne? Super. So, dann gehe ich mal rein. Wir haben Psycho-Energie, Tracking-Shoes. Ich hoffe, es passt mit dem Mikrofon. Wir haben es heute ein bisschen weiter weg gemacht, damit ihr natürlich uns beide auch hören könnt. Wir haben ein Yanmar, ein Ponyard, ein Cricketer, Schinx, auch entscheidend, wie du. Oh, ich habe eine GG-Karte. Cool. Das sind Galar-Galerie-Karten, die neuen. Die kennst du ja schon, ne? Mit, das ist cool. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Zwirlicht. Zwirlicht, genau. Und Luxway. Oh, auch eine sehr schöne Karte. Wer meinst du, zieht die meisten Hits? Du oder ich? Gleich, beide gleich viel. Vielleicht beide gleich viel? Aber Kinder sind noch so unschuldig, so fair. Girafarig. Ultraball. Ultraball. Elektrik. Gobin. Krell. Heliop. Ziele. Blue. Pinox. Liefer. Sechse-Koop. Und Echse-Koop. Genau, ein Kokowai, ne? Ein Koffing. Oh, eine Radiant-Karte. Radiant-Charge-Bock. Der heißt Akkub auf Deutsch. Die erste Tint ist durch. Ich habe zwei Hits. Du hast eine. Was aber gut ist. Du hast zwei neue Booster. Wasser-Energie. Den hast du schon wieder. Lost-Vacuum. Das ist ja ganz oft. Elektrik. Ultraball. Cherubi. Exe-Koto. Oberhine. Energie-Retrieval. Emolga. Luftdisk. Oh, das ist cool. Das ist eine Reverse-Holo-Energie-Karte. Und Lie-Kamera. Cool. Ich habe eine Psyche-Energie. Gloom. Rance and Sinno. Laren. Schon wieder. Heliopteile. Den haben wir heute auf. Wulu. Shing. Puncher. Snorrent. Oh, nein. Ich habe schon wieder eine Radiant. Oh, ich habe eine Radiant-Lura. Guck mal. Krass, oder? Die ist aktuell... Was schätzt du, was die Wert ist in dem Set? Kennst du dich auch ein bisschen aus mit den Kartenpreisen schon? 30 vielleicht? Ja, nicht schlecht geraten. Die von Pokémon Go. Die ist bei ungefähr 30 Euro. Die ist ein bisschen günstiger. Die ist aktuell so bei 8 bis 10 Euro. Guck mal, die ist richtig schön gesendet auch, ne? Papi, bei mir ist, glaube ich, auch was drin. Ja? Oh, cool. Achso, ja. Kartenbrick. Girafarix. Resuco Carrier. Rescue Carrier. Pavniar. Kriketot. Shotot. Galar. Mr. Heinz. M.R. ist die Abkanzung für Mr. Ja, ich weiß. Sonnenkern. Bito. Wupp und Dupul. Da ist doch Zwolloc, oder? Selassel. Das finde ich super cool. Oh, guck mal. Ich habe eine Wasser-Reverse-Holo. Und ich habe einen Regigigasten-V. Irgendwie habe ich mal die besseren Tins ausgesucht. Aber vielleicht kommt bei dir noch in so ein krasser Hit raus. Und Licht-Energie. Luna Tone. Kroko Rock. Energie Switch. Seel. Ziel. Portion. Aran. Körpisch. Du darfst auch die deutschen Namen sagen, wenn du machst. Energie Seer. Kroko Rock. Kroko Rock. Und Serra Rock. Schöne Karte. Ein Ultra-Ball in Reverse. Und ein Inamoros. Auch gerne. Wasser Energie. Pokémon Katscha. Pinocorchin. Pin-Churchen. Girafarig. Baltoi. Galamauzi. Weilmeer. Scheinux. Grebskorps. Oh. Swabu. Ein Swabu. Sehr cool. Oh, und ein Entei-Holo. Oh, sehr cool. Das sind zwei Hit-Karten. Tangela. Oh, oh, oh. Oh, ich habe eine Faust da. Guck mal, pass auf. Das ist von den Galar-Galerie-Karten. Könnte eine krasse Hit-Karte sein. Das könnte das Folie-Purba sein. Und das wäre eine der krassesten Karten im Set. Nee, ist nicht. Sora. Oh, die ist noch besser. Ich glaube, die ist noch besser. Sora Arc. Die ist ja krass. Wie findest du die Karte? Gut. Die ist schön, ne? Mhm. Ich finde, das ist ein art-weckiges Bild von der Karte. Das ist so wahnsinnig schön. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. 24 Euro ist der aktuell Wert von der Sora Arc im deutschen bzw. englischen Set. Auf Deutsch sogar ein bisschen günstiger als 20 Euro. Im japanischen gar nicht mal so viel teuer. Die sind relativ ähnlich. Hier hat er noch vier Buchstaben. Da kann noch viel passieren. Oh, guck mal. Bei der Wasserenergie. Wasserenergie. Shaman. Digging Duo. Luxio. Switz. Norut. La Vesta. Tangela. Baltoy. Rara Candy. Schon wieder ein Ibi? Ibi. Okay, ist cool. Wenn du willst, weil du die ja schon hast, tauschen wir jetzt einfach. Du kriegst die hier und ich kriege die hier. Okay? Ja. Oh, wir haben einen Dance Bars. Guck mal hier. Auch ein ganz, ganz cooles Artwork. Die ist echt schön. Das ist doch das Dummiesel auf Deutsch, ne? Ja. Und los geht's. Kannst deine Karten ruhig dahin packen. Guck mal, da kommst du leicht dahin. Gira Farik, Digging Duo, Elektrik, Robin, Skrell, Helioptile, Vulu, Shinox, Jungoos und Volcarona. Hier ist es Gloom. Love this. Oh, ich hab hier auch so eine Energiekarte im Psycho. Und ein Luxray. Aber wir haben noch eine. Und zwar haben wir jetzt noch die Gloor Tint. Meinst du, dass die Gloor Tint die beste ist bei uns beiden? Vielleicht. Ich denke vielleicht schon. Zwei Gloor Tints zum Ende. Deshalb hab ich sie auch aufgeholt. Aha. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, los geht's. Letzten zwei Booster. Ich hoffe, dass du mir noch was Schönes rausziehst jetzt. Los geht's. Kampfenergie, Gravella, Digging Duo, Methan, Zalandic, Energieseer, Ubing, Vuhu, Skrell, Gira Farik, Geo Grafau. Sehr cool. Cool. Die ist cool, oder? Ja. Schau mal, was von mir drin ist. Ich hab Feuer Energie, Rare Candy, auch ein Graveller, den hattest du auch gerade. Graveball, Suncarn, Tuffing, Oddish, Zalandic, Energy Surf, ein Pokeball und Snowlax. Die Runde hast du gewonnen. Einen großen Hit will ich noch sehen. Oh, ich glaub, du hast was. Ja, ich glaub auch. Soll ich anfangen? Weil ich glaub, bei mir ist nix drin. Hast du schon gelurrt, was drin ist? Nee. Soll ich mal anfangen? Damit dann die Hit-Karte, die du hast, ja am Ende wahrscheinlich kommt. Weil ich hab wahrscheinlich keinen großen Hit drin, jedenfalls. Crushing Hammer, Gloom, Franz and Sinnoh, Execute, Loftus, Imolga, Yanmar, Pawnyard. Oh, ich hab ein Bibarel. Sehr cool. Ich hab doch noch ne Hit-Karte. Jetzt keine große, aber es ist ne sehr, sehr schöne Karte. Sehr, sehr, sehr cool. Und dahinter ein Glücker-Druck. Also die ist nochmal sehr schön. Ich find dieses Artwork so wunderschön. So Leute, jetzt kommt das Last Pack Magic von meinem Sohn mit Hit-Garantie. Los geht's. Boah. Drei Quaser V-Max. Drei Quaser V-Max. Wie cool ist das denn? Die ist ja mal richtig stark, oder? Ja. Die sieht cool aus. Guck mal, du hast sieben Hit-Karten. Ich hab neun. Das heißt, ich hab zwei mehr. Ich hab zwar die Runde gewonnen, aber pass mal auf. Du kriegst einmal hier die zwei Revers-Energy-Karten von mir geschenkt. Ja. Und du kriegst einmal das Glor von mir geschenkt. Okay? Ja. Hat's dir Spaß gemacht? Ja. Ja? Wollen wir das mal wieder machen? Mhm. Ja? Ja, Leute, das war's. Wenn ihr mehr von diesem Video sehen wollt mit meinem Sohn zusammen, dann lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, sagt was Schönes zu ihm. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert. Und wir sehen uns bald wieder. Ich bin raus. Und ciao, ciao. Tschüss. Outro Ich bin raus. Tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal.